Darf man sagen, ist es Werbung, wenn ich sage, was das für ein Whisky ist? Es wäre doch keine Werbung, wenn man so ein hervorragendes Produkt wie den Artbag noch einmal hervorhebt. Willst du noch ein Buch schreiben? Ne, also die Qualität der Beiträge hat viel stärker geschwankt und da gab es wirklich einen, der ist immer gekommen, wegen Fahrtkosten und Freibier. Bis zum nächsten Mal. Willst du noch Kaffee? Gut. War das jetzt schon die erste Frage? Nein, das war nicht die erste Frage. Ich glaube, wir sollen anfangen, oder? Ach, wir sollen schon anfangen. Ja. Wie hat dir denn eigentlich der Kaffee geschmeckt? Ach, wir sollen es erst vorstellen. Ja. Komm, okay, wer bist denn du? Mein Name ist Jens Wienand, ich komme aus Mannheim und ich mache Veranstaltungen und ich trete auf und moderiere und mache ganz viel Kram. Und wer bist du? Ich bin die Sylvie, ich wohne in Mannheim und Dominik Cresant hat mich heute hierher geschleppt und hat mir gesagt, ich kriege was zu trinken. Habe ich auch gekriegt. Das ist dieser hervorragende Tropfen. Darf man sagen, ist es Werbung, wenn ich sage, was das für ein Whisky ist? Das wäre doch keine Werbung, wenn man so ein hervorragendes Produkt wie den Art Bake noch einmal hervorhebt. Wie lange machst du denn schon, Slam, Sylvie? Seit sieben Jahren? Ich kann das nie ausrechnen. Ich weiß immer noch nicht. 2009. Ich habe auch 2009 angefangen. Ja, ich weiß, aber ich habe dich gar nicht gesehen. Ich habe dich erst ganz spät bemerkt. Und dann habe ich ja gedacht, du wärst nämlich verknallt. Ich weiß, das ist eine Geschichte, die du mir jedes Mal wieder erzählst. Aber dafür, dass du mich nicht bemerkt hast. Ja, irgendwann mal, da sind wir vom Mannheimer Hauptbahnhof zurückgelaufen. Und da sind noch ein paar Besoffene rumgelaufen. Und da warst du total so, äh, äh, äh. Und da sind wir nämlich zusammengelaufen. Und ich dachte, der läuft ja nicht mit dir zu zweit die Straße runter, wenn er dich nicht mag. Ich mag dich natürlich auch. Ja, aber so. Ich hoffe, dass da noch mehr entsteht. Ja, ich bin halt jemand, weißt du, ich bin halt jemand so, der auch einfach gerne Leute kennenlernt. Das ist wirklich so. Ja, nee, ist okay. Ich finde das, jetzt fühlst du dich gekränkt, das tut mir leid. Nein, nein, das hat sich ja schon lange erledigt. Ich meine, das ist jetzt auch alles schon durch. Ich habe schon geweint, ich habe es schon verarbeitet. Du hast geweint? Ja, natürlich. Ich habe angefangen, Nikotinersatzpräparate zu konsumieren, Alkohol zu trinken. Alles wegen mir. Das tut mir, das tut mir wahnsinnig leid. Mhm. Ei, ei, ei. Hier ist, äh, hier, es wird etwas reingereicht. Es ist ein, sechs Fragen steht hier drauf. Sechs Fragen? Sechs Fragen. Entschuldigung. So, sechs Fragen. Ich mache das mal auf. Warum machst du das eigentlich auf? Ja, ich halte den, lass uns das zusammen machen. Man's Plane Kuvert öffnen. Nee, zusammen geht nicht, man muss allein. So, jetzt. Hier. Okay. Ich trau mich nicht, mach du. Wann habt ihr das erste Mal von Slam gehört? Hui. Ich glaube, das war 2006. Da kam irgendwas im WDR. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal Slam gesehen. Im Fernsehen. Ich habe lustigerweise ein Buch geschenkt bekommen. Da habe ich noch in Lüneburg gewohnt. In meiner, also bevor ich nach Mannheim zurückgezogen bin. Und das Buch hieß Slamming Poetry. Texte aus der, von der Pop-Fraktion oder so. Das hat mit Poetry Slam nichts zu tun gehabt. Außer, dass, ich glaube, Bas Böttcher hat irgendwie einen Text da drin gehabt. Und Wolf Hogekamp hat einen Text irgendwie da drin gehabt. Aber ganz viele Leute, die halt auch gar nicht in der Szene bekannt sind irgendwie noch. Aber da habe ich das das erste Mal gehört. Und ich dachte ja immer, bevor ich zu meiner ersten Slam-Veranstaltung gegangen bin, dass das so nur Studenten sind, die von ihren WG-Partys erzählen. Was ja auch teilweise zutrifft. Was auch lustigerweise bei meinem ersten richtigen Slam dann auch war, als Dorian Steinhoff. Wo war denn dein erster richtiger Slam? Im DHI. Also ich habe vorher, habe ich ja diesen Film-Slam mitgemacht, den ich gewonnen habe. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch nicht weitergemacht. Weil ich bin ja auch jemand, ich lasse mich gleich ins Boxhorn jagen. Aber, und das war 2009. Und dann habe ich danach angefangen, auf allen möglichen Slams halt irgendwie aufzutreten. Und das war im DHI. Genau. Frage 2. Wie hat sich die Slam-Szene, seitdem ihr dabei seid, verändert? Was ist daran gut, was nicht? Ja gut, also dass wir dabei sind, ist gut. Ja. So würde ich mal. Ich glaube, es ist so eine allgemeine, ich weiß nicht, ob das einfach, ob sich die Slam-Szene da wirklich verändert hat. Oder ob sich einfach die Wahrnehmung verändert, dass es halt irgendwie alles professioneller geworden ist. Man pennt halt nicht mehr irgendwo auf dem Sofa oder irgendwo auf dem Boden. Es ist alles viel, ja, ist natürlich auch schön, vor allem wenn man jetzt in die Jahre kommt und so, dass man nicht mehr auf dem Boden pennen muss, sondern schön ins Hotel. Aber eigentlich war das auch cool. So einfach nur auftreten, damit man auftreten darf und nicht so, ja, ich mache da mal, ich habe noch einen Termin frei. Die Unschuld ist ein bisschen weg, ne? Also ich glaube, es hat sich für mich verändert, dass ich halt, ne, ich habe ja jetzt letztes Jahr fast keine Slams mehr gemacht. Und es ist vielleicht so ein bisschen, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt, aber ich habe auch gemerkt, man kennt irgendwie nicht mehr alle Leute, die da irgendwie sind, die aber voll viel reißen, so, ne? Also das, glaube ich, hat sich so ein bisschen verändert. Es sind halt einfach mehr Leute, die da aktiv sind insgesamt. Mehr Leute, die das auch auf einem professionellen Level halt machen. Und ich glaube, dass es halt auch sich verändert hat, dass die, ne, dass halt dieses, diesen Sprungbrettcharakter, den Slam ja hat, dass viele Leute den gleich mitdenken, wenn sie jetzt anfangen. Ich glaube, das ist, ähm... Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also ich... Ja, also viele haben so irgendwelche Blogs, stimmt schon, oder? Sind irgendwie im Bereich Medien oder studieren da irgendwas und schreiben noch ihre Bachelorarbeit über Slam und sowas. Ja. Also, und ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht beurteilen, aber ich finde es eigentlich ganz, äh, ganz abgefahren, dass es halt, das gibt, aber der, der Slam an sich und halt irgendwie, ne, das, worum es, worum es geht, ne, eigenen Texte schreiben und damit auftreten, ich glaube, äh, das verändert sich nicht großartig, obwohl auch, äh, das fand ich ganz spannend bei der Diskussion darüber, äh, wie lang die Texte beim National sein dürfen und dass sich das wieder verändert zwischen fünf und sechs Minuten und wie auch immer, dass das ja auch direkt Auswirkungen auf das hat, was man künstlerisch irgendwie, ähm, macht, ne, also... Und ich kann mich auch erinnern, aber das war noch, ich hab ja relativ lange nur Slam geschaut, bevor ich selber mitgemacht hab im DAI und dass es da auch wirklich eine größere Spannbreite gab an, also die Qualität der Beiträge hat viel stärker geschwankt und da gab es wirklich einen, der ist immer gekommen wegen Fahrtkosten und Freibier, der hat nur Scheiße gemacht auf der Bühne, der hat nur gelabert. Ich glaub, irgendwann hat Frank auch mal so dezent drauf hingewiesen, dass das nicht geht, aber eigentlich als Zuschauer fand ich das total cool und das so nicht so, einmal war so ein Best-of, wie so ein, ähm, wie heißt das, ähm, Highlander? Ja. Und es war voll langweilig, weil da kommen alle und packen ihre besten Texte raus und du weißt, auch jeder ist gut, aber da fehlt so ein bisschen so der, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, der Spannungsbogen oder, ne, so die Fallhöhe. Die Qualitätsgefälle ist, ähm, ja, die Fallhöhe ist einfach niedriger und das ist dann als Zuschauer, finde ich, nicht so geil. So, nächste Frage, wohin wird sich, wohin wird sie sich vermutlich verändern? Ich denke, es geht um die Slamszene. Ähm, ja, also ich mein, mit den Alphas hat's ja jetzt ganz gut angefangen, irgendwie in Richtung Dachverband. Also, muss man ja auch so sagen, ne, äh, das, ähm, ich glaube, dass die, äh, die Organisation oder das Organisationen immer wichtiger werden, dass es, äh, weggeht von, äh, einem lockeren Zusammenschluss von Leuten, die die gleiche Idee haben und dass es mehr dahin gehen wird in, äh, in Richtung von, ähm, wir sind einer Meinung über eine Sache, ne, also ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du eine Idee, die gleiche Idee hast und sagst, wir teilen die Idee oder wir sind der gleichen Meinung über XY. Ja. Oder was sagst du? Ja, ne, ich. Du willst nicht über Alphas reden, das ist auch gut. Wups. So, wie sehen eure Zukunftspläne bezüglich Slam und privat aus? Mmh, Slam ist doch total privat. Ich wollte gerade sagen, also es gibt, heißt das jetzt, also ich soll sagen, mit wem ich noch rumknutschen will, aus der Szene. So hab ich's jetzt auch verstanden, Katharina, was war mit dieser Frage gemeint? Wer lacht denn nur? Oder es ist getrennt? Slam und privat. Er hält gerade Bilder hoch von verschiedenen. Du hast zwei Fragen in einem, du wolltest eigentlich sieben Fragen, du wolltest aber sechs Fragen, weil du gewusst hast, dass ich dann lache. Okay. Ich muss meine Krankenkasse anlügen, hab ich das schon erzählt? Nee. Doch. Da kommt doch mehr Krankengeschichte. Gegenüber von der Krankenkasse habe ich keine Freundin, weil wenn ich sagen würde, dass ich mit meiner Freundin fest zusammen bin, die halt essentiell mehr verdient als ich, dann müsste ich halt so viel mehr Krankenkassenbeitrag bezahlen. Das wird rausgeschnitten? Nein, das ist vollkommen okay, das wird ja niemand von der BKK sehen. Betriebskrankenkasse? Das ist die BKK-Pfalz. Wenn ihr mich verpfeifen wollt, macht das bitteschön, weil diese Frau, mit der ich zusammen wohne, wir sind nur gut befreundet. Stimmt, die haben auch keinen Sex, glaube ich. Wir haben keinen Sex. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Nein, ist ja bald wieder so weit. Wir haben uns drauf festgelegt, immer am dritten. Am dritten des Monats? Nee, Advent. Ich sehe einen weiteren Umschlag. Am blauen diesmal, Zahlenreihe. Oh. Zahlenraum bis 10 macht mir keiner was vor. So, jetzt mache ich mal auf. Oh, ich möchte diesmal vor, weil ich habe das Gefühl, das ist besser, wenn man die Fragen vorher schon mal gesehen hat. Da kann man sich innerlich so drauf vorbereiten, ne? Ist auch nicht ausgeschichtet. Oh, ganz viele Kärtchen. Merkt euch, so schnell es geht, folgende Zahlenreihe. Wer meint, sie auswendig zu können, ruft Stopp. Danach wird noch still bis 10 gezählt und der andere überprüft, ob es denn stimmt. Wenn falsch, Plörreglas. Plörreglas? Okay. Es holt er dann. Solche Spielchen machen wir tatsächlich auch mit unseren Patienten im Lärmtraining. Du hast jetzt einen Vorteil, weil du jetzt schon guckst. Nein, ist da nichts drauf. Also, Zahlenreihe und wenn man sie auswendig kann, Stopp rufen. Es ist jetzt eine oder für jeden eine? Für jeden die gleiche. Achso, das sind quasi die Karten. Okay. Jeder nimmt eine Karte und dann guckt man da drauf. Okay. Okay? Okay. Eins, zwei. Ich habe schon Whisky getrunken und ich habe heute wenig geschlafen. Aber nee, ich kriege das hin. Eins, zwei, drei. Los. Oh Gott. Stopp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. So, dann Silvi, dann hau mal rein. Ich zeig das mal an. Das wird eh angelegt. Achso, na gut. Achso, ich habe einfach Stopp gesagt, weil ich keinen Bock habe. Also, 455, 936. Ja. Schon falsch. Aber hinten ist noch irgendwas mit 53 oder so. Kannst du mal gucken, wie weit ich komme? Mhm. Also, 455, 1, 7, 9, 9, 3, 6, 5, 2, 4, 1, 7, 8, 5, 4, 9. Und ich glaube, 3, 7, 4. Bäh. Es war eine 1 und nicht eine 7. Du bist voll der Streber. Wow. Alter. So, jetzt kriegst du dein Kloche-Glas. Kloche-Glas heißt trinken. Ja, da ist Alkohol drin, aber nur für dich wäre es der Jens gewesen, natürlich ohne Alkohol. Und zwar ist das... Ich habe nachher noch eine Verabredung, ne? Das ist das ein... Er nennt sich Schwarzwald-Teufel mit garniert mit einem Stück Tomate. Wie viel Alkohol? Wie viel Prozent? Oh, das klingt nicht so... Also, ich klingt nicht so... Ich kann das nicht alles trinken, ist ja klar, ne? Ugo, da hat viel mehr. Ja, aber ich habe ja auch schon jetzt getrunken. Sorry, eingeschlafen. Aber was? Irgendwas mit trinken? Was? Läuft? Ja, ja, läuft. Ja. Können wir das ein bisschen theatralisch noch, Jens? Kannst du noch irgendwie... Meine Damen und Herren, in wenigen Sekunden wird die neben mir sitzende Sylvie Le Bonheur ein Getränk trinken, wie noch nie ein Getränk getrunken wurde. Was sie nicht wissen, ist, dass ein großer Ekel ihrerseits zu Tomate besteht. Und in diesem Getränk befindet sich eine Tomate, meine Damen und Herren. Es ist wirklich... Also, hier werden... Es ist auch noch aufgeschnitten, damit man auch noch... Was? Ob Sylvie trinkt, das seht ihr, wenn ihr da rauf klickt. Okay. Es riecht wie irgendwas, wovon ich mal gekotzt habe als Jugendliche. Es riecht auch ein bisschen gesund. Na, und? Ist der Schwarzweig-Teufel in dich angekehrt? Boah! Oder soll ich einen Exorzisten rufen? Es war nur eklig, als ich dir Tomate gegen den Mund... Wie kann man denn so von Tomaten abgetörnt sein? Oh, keine Ahnung. Ist ein großartiges Nachtschattengewächs. Ja, ich mag die auch gekocht, ich mag sie nur nicht roh. Gut. Ne? Ja, so wie ich Babys. Ja. Kinder, macht das auf keinen Fall nach. Oh, Kabelbinder. Hätte ich jetzt auch erkannt. Aber danke. Ich nicht. Steht nochmal da. Ich kenn mich mit sowas nicht aus. Hast du nicht Fifty Shades of Grey gelesen? Was? Ich hab das geschrieben. Ich hab das nicht gelesen. Oh. Ich kenn nur die ersten drei Seiten von Tino Bromelino. Bastelt aus den verschiedenen Kabelbinder etwas möglichst Schönes und Kreatives. Das Ergebnis bekommt der Zweiplatzierte eures nächsten Slams als Trostpreis. Ach, ist doch schön. Ich mach gar keinen Slam. Ich kann basteln. Es ist so wie, also es ist das Pendant zu Ballontierchen. Ich versuch das mal. Projekttischuntersetzer ist fertig. Also wenn man mal irgendwas hat, was nicht zu heiß ist, ansonsten schmilzt der Tisch um der Setzer nämlich. Aber das ist so die Idee. Also es ist, ja ganz fertig ist er noch nicht. Aber es ist, äh... Darf ich dir mit dem Mikrofon an den Nippeln rumspielen? Ähm, gleich. Hört man gut, ja? Jens? Ja. Silvie? Ja. Ich danke euch viel, vielmals, dass ihr Teil meines ersten Projektes, meines ersten Versuches, meiner ersten Schritte wart und seid. Und wer es nicht weiß, und wer Ihnen es interessiert, Jens ist sowieso dieser Mensch, der den ersten Schritt in die Wege litt, leitete? Leitete. Leitete. Er leitete die ersten Schritte ein, indem er mir die Möglichkeit gehabt, den ersten Auftritt wahrzunehmen. Und jetzt leitete er... Leitet er. Er ist einfach da und hilft, Mackel. Jetzt mal ehrlich, ich fahr nicht schlecht. Du fährst sehr dicht auf und so ein bisschen so, als würdest du nicht genau also die Spur einhalten. So, alle Spuren sind so unverbindlich. Die Strecke von Worms nach Mannheim beträgt eigentlich 35 Minuten und du bist hier gefahren in 19. Tschüss!